Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Tiefes Blick mit Blitzberatung Oft befinden wir uns in einer Situation, wo es schwierig ist oder nicht klug, das mal oberflächlich zu betrachten, sondern wir brauchen die Zusammenhänge auch erkennen. Manchmal vielleicht auch die karmische Ursache an etwas. Und diese Art von Blick nenne ich mal als tiefes Blick. Woher kommt es? Ist das die Kindheit? Ist das die Erziehung? Ist das die alte Karma? Warum befinden wir uns in einem Leidenskarussell? Das kann natürlich auch die berufliche Situation bedeuten, weil sie noch nicht ihren Berufung leben oder weil sie das nicht zutrauen. Das kann auch die Partnerschaft betreffen. Warum hängt es? Warum ist es unerfüllt? Oder wo liegen die Probleme? Oder warum meldet er sich nicht oder sie? Es ist oft auch Lilith-Themen, die Wünsche, Sehnsüchte, aber davonlaufen. Das ist so ganz typisch, wo man auch die tiefen Blick braucht. Und astrologisch ist es möglich, diesen tiefen Blick zu bekommen. Das können Sie auch als Blitzberatung buchen. Mal einen Blick werfen. Wo liegen die Ursachen? Warum entsteht diese Situation? Manchmal führt es auch zu Missverständnisse, weil man diesen Blick nicht hat. Und man versteht es nicht, warum die anderen so oder so handeln. Dieser tiefen Blick zu bekommen hilft, Klarheit zu bekommen. Hilft zum Orientieren. Also, Sie können das als Blitzberatung buchen. Bitte ein E-Mail schreiben von dieser Situation. Ich benötige dazu die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Und dann habe ich den tiefen Blick. Und ich kann Ihnen das vermitteln. Es ist noch nicht die Lösung, aber die Blick, das haben Sie schon. Also, das sind schon Erkenntnisse. Und eine Blitzberatung, ein Rat kostet oder pro Frage kostet 10 Euro. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung-at-denderasusannamedici.com Bitte auch dazu schreiben, tiefes Blick. Und ich beantworte das persönlich blitzschnell. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.